Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen werden tagtäglich im klinischen Alltag vor vielfältige Herausforderungen gestellt. Uns war es daher ein Anliegen, einen konkreten Wegbegleiter zu entwickeln, der die Kinder von der Diagnose bis in die Nachsorge durch begleitet, altersentsprechend, interaktiv und möglichst konkret. Mein Name ist Lisa Weiler-Wichtel und ich habe gemeinsam mit einem großartigen Team mein Logbuch an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde entwickelt. Mein Logbuch ist ein klinisch-psychologisches Behandlungsprogramm, wo wir junge Patientinnen von der Diagnose bis in die Nachsorge durch begleiten und das auf eine möglichst altersentsprechende und auch interaktive Art und Weise. Das heißt, die jungen Patientinnen haben die Möglichkeit, in ihrer persönlichen Logbuch-Mappe oder in ihrem persönlichen Logbuch durch Spielen, durch Gestalten, durch Basteln, durch Sticker kleben, Zeichnen und Schreiben ihre persönliche Krankengeschichte zu Papier zu bringen bzw. mit uns gemeinsam einen Umgang damit zu finden. Mein Logbuch ist eine Orientierungsmöglichkeit und Wegbegleiter für junge Patientinnen in einer komplexen medizinischen Welt. Das kann sein für Vorbereitungen von medizinischen Prozeduren, Untersuchungen, Behandlungen, der Umgang von Nebenwirkungen bzw. ein einfach zurechtfinden in einem Klinikalltag. Und das Logbuch bietet ganz konkrete interaktive Methoden an, sich mit diesen schwierigen, herausfordernden Situationen auseinanderzusetzen und diese zu bewältigen. Konkret gibt es natürlich viele Ideen. Versionen für verschiedene Altersgruppen, Geschwister, Eltern, eine Digitalversion für Jugendliche. Aber in diesem ersten Schritt geht es mal darum, wir haben jetzt unsere erste multizentrische internationale Pilotstudie abgeschlossen, befinden uns aktuell im Publikationsprozess und noch viel wichtiger, das Logbuch soll möglichst vielen Kindern und Jugendlichen zugänglich sein, die damit arbeiten wollen und die davon profitieren können. Und auch das ist uns nun gelungen, jetzt in der Zusammenarbeit mit einem renommierten Verlag. Die Auszeichnung durch die MedUni Wien ist natürlich eine große Anerkennung für uns, gibt uns Motivation und Vertrauen, dass das, was wir entwickelt haben, innovativ ist und wir auf dem richtigen Weg sind.